Der Geist der Entdeckung beseelte ihn ganz und seine Eigenschaften waren dem Geschäfte, wozu ihn das Schicksal auserkor, so angemessen, dass er allein mehr als alle seine Vorgänger zusammengenommen leistete und als Seemann und Entdecker unerreichbar und einzig der Stolz seines Jahrhunderts bleibt. Georg Forster, Schriftsteller und Naturforscher, hat den britischen Seefahrer James Cook vor mehr als 200 Jahren auf einer seiner drei Weltreisen begleitet. Sie haben zahlreiche exotische Gegenstände aus der Südsee mitgebracht, die heute in der Cook-Forster-Sammlung in Göttingen aufbewahrt werden. Brigitta Hauser-Schäublin, Professorin für Völkerkunde, betreut sie. Die Faszination Cook ist ungebrochen, bis heute. Man muss sich die Zeit vorstellen, 18. Jahrhundert. Die Menschen in Europa waren in ihrem Denken beschränkt auf Europa, sie kannten Europa, aber waren sich bewusst, dass es eine Welt jenseits gab. Amerika war entdeckt, aber Richtung Osten herrschten eigentlich noch Mythen und man hatte keine Ahnung, wie die Welt beschaffen war, was für Kontinente es gab, was für Länder, was für Menschen, was für Tiere. Es war die Rede von einem großen Südkontinent. Und Cook erhielt den Auftrag, nun zu erforschen, wie diese Welt jenseits Europas aussieht. Und da fuhr er los, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und das war natürlich und ist aus heutiger Sicht immer noch ein riesiges Abenteuer. Der magische Südkontinent. Schon in der Antike glaubten die Menschen, dass es am anderen Ende der Welt eine große Landmasse geben müsse, die die Erde im Gleichgewicht hält. Man vermutete ungeheure Reichtümer und Rohstoffe dort, vielleicht sogar Seeungeheuer. Cook hat die Rede vom Südkontinent ins Reich der Fabeln verwiesen und den Menschen ein wirkliches Bild der Erde vermittelt. Er war nicht der erste Europäer, der den Boden Tahitis, Australiens und Neuseelands betrat, aber der erste, der diese Gebiete erforschte und ihnen einen Platz auf der Weltkarte gab. Der Ehrgeiz führt mich nicht nur weiter als je einen Menschen zuvor, sondern so weit wie für den Menschen überhaupt möglich. Die europäischen Seemächte wetteifern in der Erforschung der Ozeane, denn die Wirtschaft Europas braucht zur Zeit der beginnenden Industrialisierung neue Territorien und Rohstoffe. Cook ahnt schlimme Folgen. Wir können unmöglich wissen, welchen Gebrauch künftige Zeiten von den Entdeckungen machen, die wir in unserer Zeit getätigt. Cook selbst war Entdecker, nicht Eroberer. Er begegnete fremden Kulturen mit Respekt. Der arme Tagelöhners Sohn, der 1728 in der englischen Grafschaft Yorkshire geboren wurde, hat eine einzigartige Karriere gemacht und den Wissensdurst seiner Zeit verinnerlicht. Ich glaube, dass er ungeachtet seiner Herkunft sich das aufklärerische Denken zu eigen gemacht hatte, nämlich offen zu sein für andere Wesen, andere Menschen, für Begegnungen jenseits der Gesellschaftsordnungen von Europa. Und man kann ihm nicht andichten, dass er den Kolonialismusvorschub bereitet hat. Er hat es natürlich indirekt, indem er die Welt geöffnet hat. Aber von seinem Umgang her könnte man ihm das nie anlasten. Wir wüssten mehr über Cooks Gedankenwelt, wenn seine Frau Elizabeth nach seinem Tod nicht all seine Briefe verbrannt hätte. Cook hatte auf seinen Heimaturlauben zwar sechs Kinder gezeugt, aber keine Zeit, sie aufwachsen zu sehen. Die Ozeane waren sein Lebensmittelpunkt. Georg Forster hat Cook als einen Mann erlebt, der vor Tatendrang glühte. Arbeitssam war er in höchstem Grad und in allem, was er unternahm, beharrlich bis zum Eigensinn. Irrgeiz und Begierde nach Glück und Reichtum waren wohl die Haupttriebfedern seiner Handlungen. Nach dem Besuch der Armenschule arbeitet der junge James in einem Krämerladen, direkt am Meer. Während er Heringe und Salz abwiegt, lauscht er den Gesprächen der Matrosen und träumt sich weit hinaus ins Grenzenlose. John Walker, der Besitzer einer Schiffswerft in der Hafenstadt Whitby, macht ihn zum Schiffsjungen auf seinen Schiffen, die Kohle vom Norden Englands nach London bringen. Zwischen den Fahrten büffelt James bis tief in die Nacht Astronomie, Mathematik und Navigation. Als er 26 Jahre alt ist, lockt der Karrieresprung. Walker will ihn zum Kapitän befördern. Doch Cook sagt Nein. Denn die eingeschränkte, niedrige Sphäre bot ihm nicht Stoff genug, sich zu beschäftigen. Und in dem gerade, wie seine Fähigkeiten und Anlagen es gestatteten, sich Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Cook geht zur Marine, als einfacher Matrose. An Bord eines Kriegsschiffs geht es grausam hart zu. Aber nur hier bietet sich die Chance, die Welt zu sehen. Die Matrosen sind meist in den Dienst gepresst worden oder Verbrecher auf der Flucht vor der Justiz. Cook glänzt in diesem Milieu. Er wird zum Offizier befördert und für wichtige Vermessungen in Kanada und Neufundland herangezogen. Seine Karten sind überwältigend präzise. Und im Mai 1768 ist sie dann da, die ganz große Chance, der ganz große Traum eines jeden Seefahrers. Beschlossen, dass Mr. James Cook zum ersten Leutnant der Bark Endeavor ernannt wird. So vermerkt ist das Protokoll der britischen Admiralität. Diese plant gemeinsam mit der Royal Society, einer Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, eine große Entdeckerfahrt in die Südsee. Anlass ist ein astronomisches Jahrhundertereignis, das man für den 3. Juni 1769 erwartet. Der Venus-Transit. Cook soll eine Messstation auf Tahiti errichten, um den Durchgang der Venus vor der Sonne zu beobachten. Doch Cook hat noch einen Geheimauftrag. Er befindet sich in einem versiegelten Brief der Admiralität. Ihr sollt gen Süden fahren, um den Südkontinent zu entdecken. Cook taufte das Schiff, das er für seine erste Reise aussuchte, auf den Namen Endeavor. Strebsamkeit, Anstrengung. Es ist eigentlich ein Kohlenschiff mit einem gedrungenen Rumpf und kurzen, kräftigen Masten. Nicht unbedingt windschnittig und schnell, aber sicher und belastbar. Am 26. August 1768 geht es los. James Cook, kein Freund großer Gefühlsausbrüche, vermerkt das Ereignis ganz nüchtern in seinem Logbuch. Ging um 2 Uhr mittags unter Segel und auf See. Mit 94 Mann an Bord. Einige davon sind Wissenschaftler, der Botaniker Joseph Banks zum Beispiel. 25 Jahre alt, reich und adelig. Er hat eine riesige Summe Geld gezahlt, um mitfahren zu dürfen. Doch die Bordverpflegung ist dieser Investition keineswegs angemessen, stellt er fest. Das Brot ist so gut wie nicht essbar, was sich den Unmengen von Maden verdankt, die darin wohnen. Ich habe oft gesehen, wie Hunderte, ach Tausende aus einem einzigen Zwieback geschüttelt wurden. Die schlechte Kost belastete die Seefahrer früherer Jahrhunderte in lebensbedrohlicher Weise. Der Mangel an Vitamin C führt zu Skorbut. Seine Symptome, Mattigkeit, Zahnausfall, Gelenkschmerzen, Hautgeschwüre, Blutungen aus Mund, Nase und Lungen und schließlich der Tod. Cook leistet Pionierarbeit bei der Bekämpfung dieser Geißel der Meere. Und seine Sterbelisten sind auffallend kurz. Er testet gesunde Nahrungsmittel wie Malz, Sauerkraut und Zitronensaft, die er auch selbst zu sich nimmt, um den Matrosen ein Beispiel zu geben. Solche Art ist das Temperament des Seemanns im Allgemeinen, dass ihm alles, was man ihm außerhalb des Üblichen zukommen lässt, missfällt und man höret von ihnen nur mürrische Worte. Von dem Moment an, da sie ihre Vorgesetzten etwas schätzen sehen, wird es das beste Zeug auf der Welt. Cook gilt als streng und pflichtversessen. Verstöße gegen die Disziplin ahndet er, wie alle Kapitäne seiner Zeit, mit Peitschenheben. Doch er versorgt seine Leute gut und kann zur rechten Zeit die Zügel locker lassen. Auf Tahiti, das die Endeavor im April 1769 erreicht, wird das harte Seemannsleben leichter. Goldenes Sonnenlicht liegt über der Insel. Die Einwohner schwärmen den Briten in schnellen Kanus entgegen und bringen Früchte und Blumen als Geschenk. Der Botaniker Banks fühlt sich wie im Paradies. Wälder aus Kokospalmen und Brotbäumen, von Früchten schwer beladen, welche den ergötzlichsten Schatten spendeten, den ich je genossen. Banks freut sich in der Blüte seiner 25 Lenze besonders über die attraktiven Tahitianerinnen. Und dem Rest der Mannschaft geht es genauso. Sex ist billig zu haben. Oft reicht ein Schiffsnagel als Bezahlung. Denn Eisen kennt man in Ozeanien nicht. Bald ist ein Drittel der Besatzung geschlechtskrank. Cook beobachtet die freizügigen Tänze der Einheimischen lieber aus sicherer Distanz. Er hat andere Sorgen. Ihre Züge sind angenehm und ihre Haltung wirkt edel. Ihr Benehmen gegenüber Fremden und Untereinander ist ohne Hinterlist. Nur sind sie Diebe und stehlen alles, was sie können. Und dies mit einer Geschicklichkeit, die den erfahrensten Taschendieb in Europa beschämen könnte. Nägel, Stofffetzen und Glasperlen geben die Briten freiwillig her. Viel ist das nicht. Dabei ankern sie mit dem größten Schiff, das die Tahitianer je gesehen haben ungebeten an Küsten, die ihnen nicht gehören. Verständlich, dass man in Fragen des Eigentums unterschiedliche Blickwinkel einnimmt. Da steht eine ganz komplexe Vorstellungswelt dahinter. Und es wäre falsch, das einfach als Diebstähle in unserem Sinn, also als kriminelle Taten zu bewerten. Cook hat das getan. Man kann auch von ihm nicht erwarten, dass er das aus einer anderen Perspektive sehen konnte. Und natürlich handelte es sich oft auch um Gegenstände, die unentbehrlich waren. Und dass er da wütend wurde, kann man auch verstehen. Aber man kann auch die Einheimischen verstehen. Man muss sich vorstellen, wenn in England in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts fremde Boote gekommen wären, ich weiß nicht, ob die Briten dann nicht auch dazu gegriffen hätten. Nachdem der Venus-Transit vorbei ist und auch die Nachbarinseln erkundet sind, nimmt die Endeavor Kurs auf Neuseeland. Das ist, wie Cook feststellt, keineswegs ein Teil des sagenumwobenen Südkontinents, sondern eine Insel. Die Einwohner sind nicht so freundlich wie die Tahitianer. Sie richten ihre Wurfspeere auf die Fremden und präsentieren ihnen die abgenagten Knochen besiegter Feinde. Cook ordnet den Kannibalismus, den er schon aus Tahiti kennt, als Kriegskult ein und reagiert erstaunlich gelassen. Dies scheint mir ihrer Tradition zu erwachsen und mitnichten aus einer Veranlagung zur Grausamkeit. Ob schon sie Kannibalen sind, sind sie von Natur aus von gutmütiger Veranlagung und besitzen kein geringes Maß an Menschlichkeit. Die Eingeborenen ihrerseits halten die Briten für eine Art Kobolde. Die Kinder überwinden ihre Scheu und klettern neugierig an Bord. Ein Maori, Tehoreta mit Namen, hat im Alter davon erzählt. Wir strichen über ihre Kleider und erfreuten uns am Weiß ihrer Haut und an den blauen Augen, die manche hatten. Sie machten schnatternde Geräusche beim Sprechen. Wir lachten, da wir sie nicht verstehen konnten. Und sie lachten mit uns. Doch manchmal wird auch scharf geschossen. Cook, ganz Offizier der britischen Marine, will bei Konflikten die Oberhand behalten, auch wenn er Skrupel hat. Ich vermag mein Verhalten beim Angriff und bei der Tötung der Männer in jenem Boot in keiner Weise zu rechtfertigen. Hatten sie mir doch keinen ausreichenden Anlass gegeben und waren gänzlich unwissend über mein Vorhaben. Aber wenn wir sie siegreich ziehen gelassen hätten, würde dies gewiss ihren Mut, ob unsere Ängstlichkeit, vermehrt haben. Das nächste Ziel ist die Ostküste Australiens. Cook gibt dem Ankerplatz den Namen Botany Bay wegen der vielen unbekannten Pflanzen, die die Botaniker dort finden. Den misstrauischen Aborigines fliegen bald Kugeln um die Ohren. Auch die netteren Gesten der Briten wollen hier nicht recht fruchten. Viele, welchen wir Tuch und anderes gaben, ließen dieses achtlos am Strand und in den Wäldern liegen, als ein Ding, wofür sie keinerlei Verwendung hatten. Die europäischen Einwanderer nach Cook werden die Aborigines wie Abschaum behandeln und ihre Kultur vernichten. Doch Cook selbst knüpft auch freundliche Kontakte. Ich sehe sie nicht als kriegerisch. Vielmehr glaube ich im Gegenteil, dass sie eine zaghafte und gutartige Rasse sind, in keiner Weise zur Grausamkeit neigend. Viel gefährlicher sind die schwierigen Gewässer vor der Küste, die Cook nicht scheuen darf, wenn er beim Kartografieren zu exakten Ergebnissen kommen will. Im Juni 1770 läuft die Endeavor auf einen Korallenriff auf. In letzter Minute gelingt es, ein Segeltuch über das Leck zu spannen und das Schiff an Land zu bringen, wo es repariert werden kann. Cook, knapp dem Tod entronnen und spürbar aufgewühlt, schreibt in sein Logbuch, Wäre nicht die Freude, die aus seiner ersten Entdeckung resultiert, so wäre dieser Dienst unerträglich. Die Welt lässt kaum eine Entschuldigung gelten, wenn ein Mann eine von ihm entdeckte Küste unerforscht lässt. Wenn er sich mit Gefahren entschuldigt, so macht man ihm Ängstlichkeit und mangelnde Ausdauer zum Vorwurf und nennt ihn den unfähsten Entdecker der Erde. Trotzt er aber kühnen Mutes allen Gefahren und Hindernissen und hat das Unglück, nicht zum Erfolg zu kommen. So zeigt man ihn der Verwegenheit und mangelnder Besonnenheit. Als Cook am 13. Juli 1771 wieder in England ist, trifft ihn keiner der beiden Vorwürfe. Im Gegenteil, er wird begeistert gefeiert. König George III. gratuliert persönlich. Ein Jahr später rüstet man zur zweiten Reise. Cook soll herausfinden, ob sich der Südkontinent vielleicht anderswo befindet, südlich vom Kap der guten Hoffnung. Im Januar 1773 überschreiten seine beiden Schiffe Resolution und Discovery den Polarkreis. Das Segeln in der Antarktis ist für die ganze Mannschaft eine enorme Strapazie. Umringt von unzähligen Eisbergen, die wie schwimmende Inseln aus dem Meer herausragten und nur desto gefährlicher waren, weil sie ihre Stelle verändern konnten, sahen wir sie oft nicht eher, als bis es fast zu spät war. Nach der Antarktis-Erkundung steht endgültig fest, es gibt keinen Südkontinent. Als Cook im Juli 1775, nach einer Erholungspause auf Tahiti, wieder in England ist, wird er als Held gefeiert. Das Südsee-Fieber bricht aus. Die größte Attraktion ist freilich O'Mai, ein gutaussehender Tahitianer, der sich Cooksmännern angeschlossen hat. Georg Forster berichtet, Kaum war er in England angekommen, so ward er in große Gesellschaften geführt, mit den schimmernden Lustbarkeiten der wollüstigen Hauptstadt bekannt gemacht und im glänzenden Kreise des höchsten Adels bei Hofe vorgeführt. Aber eine allgemeine Vorstellung unseres zivilisierten Systems wollte ihm nicht in den Kopf. James Cook rüstet sich zu seiner dritten Fahrt. Er will die Nordwestpassage finden, die den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean verbindet, denn England braucht kürzere Handelswege. Bei einem Aufenthalt in Neuseeland stellt Cook fest, dass der europäische Einfluss den Maori schwer zu schaffen macht. Sie benutzen westliche Beile als Waffe statt als Werkzeug, prostituieren sich für ein paar Nägel und leiden an Geschlechtskrankheiten. Solcher Art sind die Folgen des Handels mit den Europäern. Wir verderben ihre Moral, welche bereits allzu sehr dem Laster zuneigt. Und wir bringen ihnen Bedürfnisse und womöglich Krankheiten, die sie zuvor nicht gekannt und die ausschließlich dazu angetan, die glückselige Ruhe zu stören, in derer sie und ihre Vorväter sich erfreuten. Im Oktober 1778 erreichen Cooks Schiffe Hawaii. Cook geht an Land und die Eingeborenen fallen auf die Knie. Offensichtlich halten sie ihn für einen Gott, der gekommen ist, um Glück und Reichtum zu spenden. Als aber bei der Weiterfahrt Anfang Februar 1779 ein Fockmast bricht und die Schiffe unvermutet umkehren müssen, gibt es plötzlich Ärger. Die Stimmung war total umgeschlagen. Er wurde nicht mehr als ein großer, lieblicher Gott empfangen, sondern mit Misstrauen und mit Aggressivität. Und eben dann fanden diese Diebstähle statt. Und auch Cook hat sich dann ganz anders verhalten. Vermutlich war er ja auch enttäuscht, dass nicht mehr diese Liebenswürdigkeit vorherrschte. Was ist los? Man weiß es nicht genau. Manche Cook-Experten gehen davon aus, dass die Briten die Hawaiianer mit ihren allzu irdischen Bedürfnissen überfordert haben. Eine ganze Schiffsbesatzung mit Nahrung und Sex zu versorgen, ist keine Kleinigkeit. Als ein wichtiges Beiboot vom Schiff verschwindet, will Cook einen Häuptling als Geißel nehmen. Es kommt zu Unruhen am Ufer. Cook verliert die Nerven und schießt in die Menge. Ein tödlicher Fehler. Die Einheimischen stürzen sich auf ihn und erschlagen ihn mit Steinen und Keulen. Das geschah am 14. Februar 1779. Cook ist 50 Jahre alt geworden. Am anderen Tag brachten sie ein Stück vom Kopf, etliche abgenagte Beine und die rechte Hand von Herrn Cook. Wir begruben sie am 21. Februar mit den gewöhnlichen Zeremonien in der See. Der berichtende Matrose glaubte offensichtlich, dass die einheimischen Cooks Leiche gegessen hätten. Aber was mit der Leiche Cooks genau geschah, ist bis heute ein Rätsel. Die mysteriösen Umstände seines Todes machten James Cook erst recht unsterblich. Heute lebt er in der Erinnerung der Menschen als der, der das Bild der Erde vervollständigte. Der mit seinen Schiffen damit begann, aus der Welt ein globales Dorf zu machen, wenn auch leider kein friedliches. Politik und Navigation. Als er 26 Jahre alt ist, lockt der Karrieresprung. Walker will ihn zum Kapitän befördern. Doch Cook sagt nein. Denn die eingeschränkte, niedrige Sphäre bot ihm nicht Stoff genug, sich zu beschäftigen. Und in dem gerade, wie seine Fähigkeiten und Anlagen es gestatteten, sich Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben. Cook geht zur Marine, als einfacher Matrose. An Bord eines Kriegsschiffs geht es grausam hart zu. Aber nur hier bietet sich die Chance, die Welt zu sehen. Die Matrosen sind meist in den Dienst gepresst worden oder Verbrecher auf der Flucht vor der Justiz. Cook glänzt in diesem Milieu. Er wird zum Offizier befördert und für wichtige Vermessungen in Kanada und Neufundland herangezogen. Seine Karten sind überwältigend präzise. Und im Mai 1768 ist sie dann da, die ganz große Chance, der ganz große Traum eines jeden Seefahrers. Beschlossen, dass Mr. James Cook zum ersten Leutnant der Bark Endeavor ernannt wird. So vermerkt ist das Protokoll der britischen Admiralität. Diese plant gemeinsam mit der Royal Society, einer Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, eine große Entdeckerfahrt in die Südsee. Anlass ist ein astronomisches Jahrhundertereignis, das man für den 3. Juni 1769 erwartet. Der Venus-Transit. Cook soll eine Messstation auf Tahiti errichten, um den Durchgang der Venus vor der Sonne zu beobachten. Doch Cook hat noch einen Geheimauftrag. Er befindet sich in einem versiegelten Brief der Admiralität. Ihr sollt gen Süden fahren, um den Südkontinent zu entdecken. Cook taufte das Schiff, das er für seine erste Reise aussuchte, auf den Namen Endeavor, Strebsamkeit, Anstrengung. Es ist eigentlich ein Kohlenschiff mit einem gedrungenen Rumpf und kurzen, kräftigen Masten. Nicht unbedingt windschnittig und schnell, aber sicher und belastbar. Am 26. August 1768 geht es los. James Cook, kein Freund großer Gefühlsausbrüche, vermerkt das Ereignis ganz nüchtern in seinem Logbuch. Ging um 2 Uhr mittags unter Segel und auf See. Mit 94 weiter als je einen Menschen zuvor, sondern so weit wie für den Menschen überhaupt möglich. Die europäischen Seemächte wetteifern in der Erforschung der Ozeane, denn die Wirtschaft Europas braucht zur Zeit der beginnenden Industrialisierung neue Territorien und Rohstoffe. Cook ahnt schlimme Folgen. Wir können unmöglich wissen, welchen Gebrauch künftige Zeiten von den Entdeckungen machen, die wir in unserer Zeit getätigt. Cook selbst war Entdecker, nicht Eroberer. Er begegnete Fremdenkulturen mit Respekt. Der arme Tagelöhners Sohn, der 1728 in der englischen Grafschaft Yorkshire geboren wurde, hat eine einzigartige Karriere gemacht und den Wissensdurst seiner Zeit verinnerlicht. Ich glaube, dass er ungeachtet seiner Herkunft sich das aufklärerische Denken zu eigen gemacht hatte. Nämlich offen zu sein für andere Wesen, andere Menschen, für Begegnungen jenseits der Gesellschaftsordnungen von Europa. Und man kann ihm nicht andichten, dass er den Kolonialismusvorschub bereitet hat. Er hat es natürlich indirekt, indem er die Welt geöffnet hat. Aber von seinem Umgang her könnte man ihm das nie anlasten. Wir wüssten mehr über Cooks Gedankenwelt, wenn seine Frau Elizabeth nach seinem Tod nicht all seine Briefe verbrannt hätte. Cook hatte auf seinen Heimaturlauben zwar sechs Kinder gezeugt, aber keine Zeit, sie aufwachsen zu sehen. Die Ozeane waren sein Lebensmittelpunkt. Georg Forster hat Cook als einen Mann erlebt, der vor Tatendrang glühte. Nach dem Besuch der Armen-Schule arbeitet der junge James in einem Krämerladen, direkt am Meer. Während er Heringe und Salz abwiegt, lauscht er den Gesprächen der Matrosen und träumt sich weit hinaus ins Grenzenlose. John Walker, der Besitzer einer Schiffswerft in der Hafenstadt Whitby, macht ihn zum Schiffsjungen auf seinen Schiffen, die Kohle vom Norden Englands nach London bringen. Zwischen den Fahrten büffelt James bis tief in die Nacht Astronomie, Mathematik. Der Geist der Entdeckung beseelte ihn ganz, und seine Eigenschaften waren dem Geschäfte, wozu ihn das Schicksal auserkor, so angemessen, dass er allein mehr als alle seine Vorgänger zusammengenommen leistete und als Seemann und Entdecker unerreichbar und einzig der Stolz seines Jahrhunderts bleibt. Georg Forster, Schriftsteller und Naturforscher, hat den britischen Seefahrer James Cook vor mehr als 200 Jahren auf einer seiner drei Weltreisen begleitet. Sie haben zahlreiche exotische Gegenstände aus der Südsee mitgebracht, die heute in der Cook-Forster-Sammlung in Göttingen aufbewahrt werden. Brigitta Hauser-Schäublin, Professorin für Völkerkunde, betreut sie. Die Faszination Cook ist ungebrochen, bis heute. Man muss sich die Zeit vorstellen, 18. Jahrhundert. Die Menschen in Europa waren in ihrem Denken beschränkt auf Europa, sie kannten Europa, aber waren sich bewusst, dass es eine Welt jenseits gab. Amerika war entdeckt, aber Richtung Osten herrschten eigentlich noch Mythen und man hatte keine Ahnung, wie die Welt beschaffen war, was für Kontinente es gab, was für Länder, was für Menschen, was für Tiere. Es war die Rede von einem grossen Südkontinent. Und Cook erhielt den Auftrag, nun zu erforschen, wie diese Welt jenseits Europas aussieht. Und da fuhr er los, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und das war natürlich und ist aus heutiger Sicht immer noch ein riesiges Abenteuer. Der magische Südkontinent. Schon in der Antike glaubten die Menschen, dass es am anderen Ende der Welt eine große Landmasse geben müsse, die die Erde im Gleichgewicht hält. Man vermutete ungeheure Reichtümer und Rohstoffe dort, vielleicht sogar Seeungeheuer. Cook hat die Rede vom Südkontinent ins Reich der Fabeln verwiesen und den Menschen ein wirkliches Bild der Erde vermittelt. Er war nicht der erste Europäer, der den Boden Tahitis, Australiens und Neuseelands betrat, aber der erste, der diese Gebiete erforschte und ihnen einen Platz auf der Weltkarte gab. Einige davon sind Wissenschaftler, der Botaniker Joseph Banks zum Beispiel, 25 Jahre alt, reich und adelig. Er hat eine riesige Summe Geld gezahlt, um mitfahren zu dürfen. Doch die Bordverpflegung ist dieser Investition keineswegs angemessen, stellt er fest. Das Brot ist so gut wie nicht essbar, was sich den Unmengen von Maden verdankt, die darin wohnen. Ich habe oft gesehen, wie Hunderte, ach Tausende aus einem einzigen Zwieback geschüttelt wurden. Die schlechte Kost belastete die Seefahrer früherer Jahrhunderte in lebensbedrohlicher Weise. Der Mangel an Vitamin C führt zu Skorbut. Seine Symptome, Mattigkeit, Zahnausfall, Gelenkschmerzen, Hautgeschwüre, Blutungen aus Mund, Nase und Lungen und schließlich der Tod. Cook leistet Pionierarbeit bei der Bekämpfung dieser Geißel der Meere und seine Sterbelisten sind auffallend kurz. Er testet gesunde Nahrungsmittel wie Malz, Sauerkraut und Zitronensaft, die er auch selbst zu sich nimmt, um den Matrosen ein Beispiel zu geben. Solche Art ist das Temperament des Seemanns im Allgemeinen, dass ihm alles, was man ihm außerhalb des Üblichen zukommen lässt, missfällt und man höret von ihnen nur mürrische Worte. Von dem Moment an, da sie ihre Vorgesetzten etwas schätzen sehen, wird es das beste Zeug auf der Welt. Cook gilt als streng und pflichtversessen. Verstöße gegen die Disziplin ahndet er, wie alle Kapitäne seiner Zeit, mit Peitschenheben. Doch er versorgt seine Leute gut und kann zur rechten Zeit die Zügel locker lassen. Auf Tahiti, das die Endeavor im April 1769 erreicht, wird das harte Seemannsleben leichter. Goldenes Sonnenlicht liegt über der Insel. Die Einwohner schwärmen den Briten in schnellen Kanus entgegen und bringen Früchte und Blumen als Geschenk. Der Botaniker Bengts fühlt sich wie im Paradies. Wälder aus Kokospalmen und Brotbäumen, von Früchten schwer beladen, welche den ergötzlichsten Schatten spendeten, den ich je genossen. Bengts freut sich in der Blüte seiner 25 Lenze besonders über die attraktiven Tahitianerinnen. Und dem Rest der Mannschaft geht es genauso. Sex ist billig zu haben. Oft reicht ein Schiffsnagel als Bezahlung. Denn Eisen kennt man in Ozeanien nicht. Bald ist ein Drittel der Besatzung geschlechtskrank. Cook beobachtet die freizügigen Tänze der Einheimischen lieber aus sicherer Distanz. Er hat andere Sorgen. Ihre Züge sind angenehm und ihre Haltung wirkt edel. Ihr Benehmen gegenüber Fremden und Untereinander ist ohne Hinterlist. Nur sind sie Diebe und stehlen alles, was sie können. Und dies mit einer Geschicklichkeit, die den erfahrensten Taschendieb in Europa beschämen könnte. Nägel, Stofffetzen und Glasperlen geben die Briten freiwillig her. Viel ist das nicht. Dabei ankern sie mit dem größten Schiff, das die Tahitianer je gesehen haben ungebeten an Küsten, die ihnen nicht gehören. Verständlich, dass man in Fragen des Eigentums unterschiedliche Blickwinkel einnimmt. Da steht eine ganz komplexe Vorstellungswelt dahinter. Und es wäre falsch, das einfach als Diebstähle in unserem Sinn, also als kriminelle Taten zu bewerten. Cook hat das getan. Man kann auch von ihm nicht erwarten, dass er das aus einer anderen Perspektive sehen konnte. Und natürlich handelte es sich oft auch um Gegenstände, die unentbehrlich waren. Und dass er da wütend wurde, kann man auch verstehen. Aber man kann auch die Einheimischen verstehen. Man muss sich vorstellen, wenn in England in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nimmt die Endeavor-Kurs auf Neuseeland. Das ist, wie Cook feststellt, keineswegs ein Teil des sagenumwobenen Südkontinents, sondern eine Insel. Die Einwohner sind nicht so freundlich wie die Tahitianer. Sie richten ihre Wurfspeere auf die Fremden und präsentieren ihnen die abgenagten Knochen besiegter Feinde. Cook ordnet den Kannibalismus, den er schon aus Tahiti kennt, als Kriegskult ein und reagiert erstaunlich gelassen. Dies scheint mir ihrer Tradition zu erwachsen und mitnichten aus einer Veranlagung zur Grausamkeit. Ob schon sie Kannibalen sind, sind sie von Natur aus von gutmütiger Veranlagung und besitzen kein geringes Maß an Menschlichkeit. Die Eingeborenen ihre